Zuhause loggen wir uns auf Mebis ein und da gibt es dann eine Aufgabe, die wir für die nächste Unterrichtsstunde können sollten. Im Unterricht besprechen wir dann die Aufgaben. Wir haben dann viel Zeit zu üben, Fragen zu stellen und mit anderen Klassenkameraden zusammenzuarbeiten. Wenn wir zuhause sind, schauen wir uns ein Video von unserem Lehrer an, wo alles dritte steckt, was wir wiederholen sollten. Und davon machen wir dann einen Hefteintrag. Ich finde gut daran, dass wir unsere Hausaufgaben jetzt immer und überall dabei haben und uns so oft angucken können, wie wir wollen oder es brauchen. Ich finde gut daran, dass wir auch im Unterricht den Umgang mit neuen Medien lernen können. Allein kann man so einen Vorbereitungsaufwand gar nicht betreiben. Deswegen finde ich es super, dass ich nur ein Thema vorbereiten muss und die anderen Themen von den Kollegen hernehmen kann. Durch die unterschiedlichen Ansätze der Lehrer ist unser Unterricht besonders abwechslungsreich und wir lernen viel dazu. Mir gefällt besonders gut der Rollenwechsel zum Coaching und dass die Schüler beim Lernen im Zentrum stehen. Wir finden, dass sich Unterricht am besten weiterentwickeln lässt, wenn man es gemeinsam anpackt.